Juhu! Juhu! Ich weiß noch nicht, ob das so ein Juhu ist. Wo viele Waffen rumliegen. Das war jetzt alles. Action. Da sind wir eben hoch. Nein. Mann, treff doch! Ich bin tot. Ach! Ah, die letzte Munition ist immerhin. Hast du das Jouer? Ja. Ja. Das ist ja noch so ein Fien. Treffen, Mann. Nee, Mann, der sich in die Nase해 für den verdaderen Waffen hat. Ja, das war ein Fien. Ja, ja. Mach. Ach. Ich bin noch saupend. Was ist denn noch? Fremd doch mal! Meine Fresse! Was soll das? Ja, wie jetzt? Das ist doch noch nichts mehr. Wir müssen schützen! Tue ich doch schon! Ja, und jetzt? Attacke! Toll, Stase! Fick dich doch! Ich muss eben zurück! Oh, leck mich doch! Du triffst genau drauf! Den geht nicht kaputt! Ja, was soll denn das jetzt? Das nervt schon wieder! Richtig! Das ist ja abfuckt! Nie hat man Munition! Was soll man denn machen? So nervös! Ja, das ist doch so! Ja, das ist doch so! Der war irgendwo ein Job, gell! Ja, das ist doch so! Die haben wieder aus der Türke ist da! Mann! Nein! Strasepack kann ich nicht wieder weg! Ja! Ja! Mach man eh nicht her! Irgendwas habe ich gerade weggeschmissen! Strasepacks! Bist du sicher? Wir hatten zwei Strasepacks! Ja! Eines habe ich weggeworfen und das andere? Vielleicht ein Luftkamister! Ja! Dann lassen sich dieser mal den Arsch weg! Wenn ich das nicht werde! Aber bei dir musst du auch einfach, dass die explodieren! Wenn du mittlerweile die Arme nach hinten überschossen hast, quillen die sich zusammen und explodieren! Deswegen bist du auch so weggeflogen! Ja, das habe ich mitbekommen, dass die explodieren! Nur... Keine Ahnung! Irgendwie zu doof, dass... Ja! Egal! Meine Fresse! Cool! Flendy? Ne! Null! Nein! Man kann's doch einfach auf die einen Verrat machen, gell? Du bist ein... ...Dame. Oh. Ey. Ich mach dich mal. Ich mach dich mal. Ich mach dich mal. Er wird wohl nicht um die Ecke betonen. Nein. Was ist das? Was? Schieß! 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 Ah! Jeeeeeeex! Die Fischer sind noch... Böse Arsch! Wtf! Da ist ja noch ein Ritter. An den Krieg des Lichts! Haha! Genau! Hey, aber das sah aber echt cool aus! Schieß! Oh! Oh! Merkbar! Cool! Ein Speicherpunkt! Also speichern wir auch gleich mal! Bläh! Dieses Spiel wird echt immer schräger! Ha! Könnte nicht mal ich auch schwer spielen! Könnte nicht mal ich auch schwer spielen! Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System! Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten! Aber das ist jetzt vorbei! Mayday! 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 Hier ist die UFC Ishimura! Hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben! Das kommt schon für Kommunikationsverzieher und Auflage! Jetzt ist es jetzt zu weit gegangen! Mayday! Mayday! Ja! 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 Was ist das? Alter ist doch schnell! Ich weiß nicht wie schnell du bist! 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 Was? Huh? Hä? Bist du rausgesprungen? Nein! Lol! What the fuck?! Hää? Im ganzen Raum schwimmen hier Fragezeichen und kommen... Hier! Was machen denn das jetzt? Hör hoch, ja? Was machen denn das jetzt? Ich zollt euch! Was machst du denn da? Hör wieder hoch! Hör wieder hoch! Hör wieder hoch! Hör wieder hoch! Kommunikationszentrale 1st kommt Operator Bayley. Diese Schiffe... Wieso bin ich jetzt nach hinten gefallen? Komisches Spiel. Komisches Spiel. Kommunikations-Array offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der COM-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens sechs funktionierende Power-Bull-Antennen für ein starkes Signal. Wir müssen im Hinblick aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Mindestens sechs? Können Sie das vielleicht machen? Vielleicht. Sollen wir erst noch was aufnehmen? Hahaha. Was war das jetzt? Toll. Wir haben hier schon wieder keine Munition. Das freut mich immer auf den Gemeinen. Ja, weil wir noch... Warte? Hier? Hä? Okay. Warum auch nicht? Sehr komisch! Klar. So, da kommen wir nicht hin. Äh, ich glaube da hinten war ein Lift. Dazwischen. Ah, ja. Ah, jetzt ja. Wir sind immer toll. Aber du ahnst schon, wie der schlimm ist. Ja, das könnte gut sein. Ja, ich meine, jetzt gibt es hier wieder viele Sachen. Irgendwas wird bestimmt auf uns zukommen. Ah, ja. Toll. Ich freue mich. So. Oh. 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 Ein Tritt, Schwerelosigkeit. Oh. 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 Was ist das? Tritt doch drauf! Oh klar, ja? Ich weiß, ein bisschen... Oh, da park ich manchmal. Manchmal. Ich hab... Ups! Ich hab... Ich hab... In der Fall! Ich hab... No. Es geht hier nicht. Ich bin überhaupt schon bei den Meisterschaften. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hm. Wie war das Blau da? Ausmachen? Super. Ist auch noch was. Halbson. Ah, ich bin noch 5. Äh.